hallo meine freunde und willkommen zurück zu paladins mit dem doktor ja grüß gott so doktor es geht mal wieder rund bei uns zwei ja wir haben keinen tank deswegen wird es witzig das wird wirklich interessant gerade bei der map ohne tank wird aber das letzte mal hatten sie Torwald weißt du das meinst da müssen schon geschlagen da war schon zu einfach ich bin ja schade ja kann man mal machen aber schöner schuss muss ich erlassen war ein sehr schöner schuss ja hat's gut gemacht ja war richtig schade schade aber ich glaube die mitte sieht er so ein bisschen da wobei bis jetzt noch 3 15 und so eigentlich noch alles gerützt hier keine ahnung welche von uns verrückten da reingeht aber gut zwei mehr rechts kineser hat mich da mal kurz also die ist ja auch noch da und ich steht verstand gut die alte ok habe ich verstanden jetzt sollten wir halt mal wieder so ein bisschen in die mitte ja alle mal kurz weg gesnipert ja leider aber jetzt ist hinter mir weg da Sieht doch ganz gut aus Stimmt auch wieder aber Kineser wieder Ich weiß halt genau bei dieser map das ist so hässlich dass dieses fenster gibt ziel eingenommen neus ja so muss das wenn es dieses fenster nicht geben Der ist eigentlich echt angenehm Ja aber immerhin wir haben das ding eingenommen das auf jeden fall wir kriegen es nicht raus aber wir haben es eingenommen so kineser ist da Fernando ist da und jetzt muss jemand schieben ich schon da warum schiebt schon Er sie ist dann Ja ich bin grad mit so halbwegs dran Ja ich bin dann hat sie sich gerecht Achtung da ist die bombe Okay das war zum zum Okay Cassie ist down Endlich war einer Ja läuft doch ganz gut Ist down Läuft doch ganz gut Ja jetzt kommt wieder das Ja jetzt kommt wieder das Mief is down Läuft doch ganz gut Huhu Bin mal kurz weg hier Mann Kommt schon Ich bin mal kurz weg hier Ja Jawoll Jawoll Nices Ding geht doch So muss das also läuft doch der fernando das war wohl ich bin gerade hin und her gerissen ja das macht diese eine komische karte aus glaubt mir das ist komisch aber war er ist ich glaubst ja aber es lief doch jetzt gerade ganz gut also ich war überrascht wie gut es läuft jetzt fernando war aber jetzt auch nicht wirklich stark muss ich sagen die die ganzen cassie sky und gut mal die sind ja mal echt also ich glaube bei kinesa hat mehr args glück dass sie nicht darauf reagiert hat sobald sie angeschossen wurde sie hat als weiter in die mitte straight reingeschossen das war die hat halt auch kein ding also kannst du mir ungefähr sagen wo von welcher seite kinesa ballert ja von links aber da ist er da unten okay achtung da kommt fernando mief und fernando mief und sky von hinten das ist auf der seite der reingeschossen das läuft doch ganz gut muss nur ein bisschen rausschieben das wäre ganz cool ja kommen okay ich habe spaß am viktor das muss ich ganz ehrlich sagen ich muss ganz kurz regenerieren das war knapp das hat mich erwischt die dumme sau schade aber ich habe ein special ok antrox ist auch dauernd aber egal und die leben alle ok hoch hoch danke dann schiebt man mal ein bisschen weiter vor ja 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 kinesa steht beim wagen im fenster drin direkt im fenster steht die ok ich habe gerade ja kleines anderes problem shit auch man ok ich sehe mich da trifft ok das war jetzt blöd von mir links oder rechts im fenster ja ja Tokto ach ich gucke selbst ich gucke selbst Oh, da killt mich wieder Sky, Mann. Das gibt's doch nicht jetzt hier. Hallo, was machst du da? Könnte ich mir schaffen. Kommt schon, kommt schon. Das sind Millimeter. Kommt schon. Bin gleich da, bin gleich da. Bleib doch kurz vorne. Verlegerung. Jawohl, Baum hat healing. Ich komm schon, ich komm schon. Jawohl. Nices Ding. Oh, nö. Und das ohne Tank. Ohne Tank, liebe Leute. Puh, muss man echt verlassen, ey. Er hat's verdient. Er war gut, er war echt nice. Trifft er auch jemanden? Ah ja, jetzt. Ja, wow, wie schön. Und dann noch gleich Sky. Nices Ding. Und Mief, komm, Mief. Und Mief auch noch, weil's so schön war. Gleich nochmal. Wunderbar, hat er gut gemacht. Gebt gleich mal ein paar in die Fratze. So soll das sein. Ja, so soll das sein. Doktor, Meister Schaden. Nice. Ja. Doktor, zieh raus hier. Ja. Ja, so soll das sein. So muss das. Also ich glaub mal, ich bleib bei dieser Runde bei Victor. Oh, hat Spaß gemacht. Ja, kannst du's ja ruhig machen. Oh, Match beginnt schon. Ja gut, dann. Wollen wir nicht mal Pause machen, dann geht's gleich weiter. Geht gleich weiter. Victor. Wow. Victor. So, was waren die anderen zwei? Die chillen. Okay, wir haben schon mal einen Healer. Kommst du raus, Digga? Zur Not nehme ich noch Tank. Wir haben wieder zwei, nee, ein Tank, ein Healer. Soll das noch mal probieren? Ja, komm, probieren wir, oder? Ja, komm, das mal. Oh, wir haben doch, wir haben doch einen Tank. Einen Tank, einen Heiler. Warum nicht? Ja, was haben die? Thorwald? Series? Oh, 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 oh. Kinesa, Sky und Charlene. Es könnte wieder eklig werden, es könnte wieder eklig werden. Auch noch bei den Ice-Minen. Ja, das könnte hässlich werden. Das könnte, oh, jetzt schauen wir mal. Aber, das haben wir vorhin auch gesagt, in komischer Weise war es ganz gut. Und selbst wenn es jetzt hässlich wird, weißt du, dann tut es auch keinem weh. Firefight, ne, wir nehmen weiter dann an Rie. Ist das einfach so? Es geht ja ums Gameplay und nicht darum, wie wir spielen. Genau. Es geht ums Gameplay und nicht darum, wie wir spielen. Warte kurz, ganz kurz. Es geht um Unterhaltung. Es geht um Spaß. Spaß, Spiel und Spannung. Dass das hier kein Unterhaltungsprogramm ist, ist klar. Weil, so wie ich hier spiele, also zumindest nicht auf meinem Channel. Das, was ich hier abliefer, ist hier furchtbar. Das einzigste, du warst jetzt weg. Äh, das einzigste, was wir echt noch ein bisschen übernehmen müssen, ist das bei Rocket League, das Lachen. Bei Rocket League haben wir uns teilweise den Arsch abgedacht, bei Paladins sind wir einfach viel zu konzentriert dafür. Ja, das ist richtig. Das ist mehr, mehr einfach, ne. Ja, ja, aber die Konzentration sollten wir jetzt vielleicht da behalten, aber sollten wir auch mal ein bisschen wieder, ein bisschen so in unserer Lach vielleicht uns so bekannten. Dafür sind wir berühmt, Doktor. Ja, ja, Charlene. Nein, Kinesa, ich konnte es mir jetzt aussuchen, welcher es war. Also, der Healer ist down. Ah, Torwald. Es war ein sehr schöner Headshot, das muss ich hier lassen. Das muss ich hier einfach lassen, das war ein sehr schöner Headshot. Das kann ich mich nicht mal beschweren. Ehrlich nicht? Nee, ehrlich nicht. Respekt, ich hätte ihn nicht besser machen können und ich mache meine im Normalfall richtig gut. So, Torwald ist down. Nein. Er war direkt hinterm Baum, hinter der Mauer. Er hat mich jetzt überrascht, der Sack. Er hat mich jetzt ein bisschen überrascht, das gebe ich zu. Oh, ja, jetzt habe ich es verkackt. Ich war gerade ein bisschen verwundert, warum meine Bombe so lange brauche, aber gut. Jetzt verkackt man leider die Mittel. Aber eigentlich... Ja, mal wobei. 48,45, das passt doch irgendwie so weit. Okay. Oh, gekauft habe ich mir was. Ja, okay, das ist gerade ziemlich bitter, ich bin schon wieder da. Die haben sich da jetzt sehr schön eingepunktet da, die Jungs. Das muss man ihnen einfach lassen. Ja gut, wenn du bei der Eisbiene halt die Mitte hast und die stehen zu 5 da drin, dann ist das... Dann ist es echt bitter. Dann kannst du machen eigentlich, was du willst, das ist hässlich. Das ist einfach so. Aber gut, wir sind auf jeden Fall noch im Rennen. Das ist nichts verloren. Ja, nee, aber gewonnen ist jetzt auch nichts. Aber Kinessa steht da halt auch richtig. Ja, das ist gerade mit Kinessa. Zap, Headshot von hinten. Paum. Gab's den. Nice. Guter Shot. Muss man hier lassen. Schade. Er hat daneben geschossen. Muss auch mal. Oh, Kinessa. ich werde ein schöner tod ich bin zwar am wagen aber ich im wagen bringt so viel ich habe noch eine mitgenommen gut warum mama mia ja schade 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 ich glaube das sieht eher schlecht aus muss man auch offen drüber reden ja da fahrer auf achtung sky von oben so wo ist diese kleine kinesa und wo schießt sie sie kam hinter thorwald die kam direkt hinter torwald da oben ist schalinde probiere ich mir zu haben da war schon fast da und aber es praktisch ins ziel rennen das ist jetzt im endeffekt einfach nur vom wagen weg halten so war es der staunen genau das ist dann nice jawohl 1 1 geht doch geht doch richtig gut das hat jetzt spaß gemacht doch da auf zerstörer gehen ja habe ich schon hast du schon gut ich weiß inzwischen was ich hier tue ok ja ich weiß ja es ist halt noch basic victor das ist halt ich brauche mal andere karten das ist furchtbar ja das können wir gerne mal machen irgendwann du kannst dir nämlich auch ganz leicht andere karten holen das dauert nicht mal zwei minuten ach echt jaja das geht ganz easy was wird es mich kosten ja gut das schauen wir da mal da müssen wir gucken was es sich kostet richtig aber wobei selbst da ne kostet das nicht viel du hast magie oder 120.000 oder sowas nö ich habe einiges in magie ja ja gut dann ist es dann vergiss es dann machen wir das locker easy peasy boah kinder wolltest du mir grad nen headshot verteilen ist das jetzt dein ernst da war doch grad sky ja und wer hat's wieder am sack natürlich ich du hast sie am sack echt ja ja aber halb so wild wir räumen jetzt mal die mitte hier auf und wir räumen jetzt mal sky auf endlich wohl jetzt aber auch mal zeit hier nein ja ja ich bin auch genau gesehen ich habe es genau gesehen kein nein aber kein lagen zu ich setze meine bombe drehe mich rum und dr der puff weg ist er aber es war schön aber 84 33 84 36 geht 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 jetzt sollten wir wieder ein bisschen hier voranschreiten ja da schießen sie alle auf mich das hat keine chance das hat keine chance ich habe torwald am sack warum töte ihn ja wie denn torwald hat sich kaputt über mich ja sag ich doch ne ei 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 scheibenkleister und einer in die mitte irgendein verrückter muss in die mitte einfach sterben der rest ist egal oder überleben umso besser ja ja okay das ist halt jetzt schade ich bin da ja nein das war so knapp ja die haben uns jetzt gerade mal kurz alle weggesnackt ja das stimmt durchaus ja machen wir es halt wie vorhin verteidigen wir gut ja ja eben du triffst mich nicht drecksau du nicht so so highlights nein warum setzt sich die war okay torwald ist down ach komm oh weg weg ich bin ich kann da nicht mehr weg ich sag's auch noch weg weg und wer stirbt bam ich kein ich kann da nicht mehr weg okay schade mannow okay wir fliegen hier mal ganz geschmeidisch nicht übers Dach äh was los oh es hängt ja ich bin down Kinessa Kinessa die Sniper da wiederum das ist doch kacke okay ich guck wo ich sie finde ich guck ob ich sie finde naah dafür habe ich vorher Torwald am Arsch hau ab Torwald ehrlich jetzt habe ich noch Schalin am Sack ich habe sie gerade alle nice da bin ich wohl down schade 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 Na Kinessa die steht unten im Eingang ja ja und Sky auch aber sie packen es wieder nicht eh 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 ja okay diesmal läuft es aber echt schlecht für mich ja die snackt mich immer da ist Kinessa weg da ist Kinessa weg ach ja auch verteidigung erfolgreich nice machen wir es halt so ja und ich habe gleich ein Special wenn wir rausgehen ha 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 oh yes so muss das sein das ist nice wir gehen nochmal aus was haben wir 10 zu 14 10 zu 14 ja ich bin auch nicht besser 10 zu 11 geht noch besser ich sag mal potenzial nach oben wäre bei uns beiden noch vorhanden ja 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 aber es macht gerade Spaß also Spaß macht Paladiz immer besonders weil ich auch finde es ausgeglichen wir hätten vorhin die Mitte gewinnen können haben es dann leider verkackt ja gut aber es ist aber ausgeglichen bisher also 2-2 ist es nicht so dass wir jetzt so unterlegen sind holen wir uns jetzt und machen das Ding aber sowas von das will ich hören aber sowas von ich probiere nur mal außen rum zu kommen dass ich vielleicht gleich an Keyneser dran kann ok Schalin ist down boah Torholt macht sein Special ja Sky kam von hinten sind aber beide gut angeheatet ja musst aufpassen Sky kommt von hinten ok ah jetzt haben sie die Mitte wieder bin hier gerade an Schalin dran nein ok Schalin killt mich oh Schalin killt mich nein maaaann das war Sky nicht Schalin kacke ich habe eigentlich gedacht was Sky schon ein bisschen mehr angeheatet war deswegen shit wo so Kineser ist mal weg ah ah Schalin Schalin ist down Ah da ist Torwalt wieder bin dran bin dran bin dran Hau den um, hau den um, hau den um Da oben ist Guy Bin wieder da Bin sofort oben Inessa ist da Okay Sky bin ich dran Sky ist down Ja, oh nein 99,99 Oh, wie bitter ist das Es war 99,99 Doktor Wie bitter Wie bitte Oh, man Egal, wir verteidigen jetzt wieder Komm schon, Doktor Ja, natürlich Das können wir 3-3, ziehen wir raus Und dann gewinnen wir endlich mal die Mitte Alle guten Dinge sind vier Wurde mir mal gesagt Torwald ist down Okay Da ist die Healer Und die Sky Ach, jetzt setzt sie wieder ihre Wand Warum setzt du denn immer deinem Mann direkt vor mein Gesicht Kann Lee ist down Okay Nice, nice, nice Hier ist doch irgendwo Sky Ich höre die alte doch schon wieder Nice Nice, Kinessa ist down Von hinten aus dem Durchgang kommt sie Okay, da komme ich jetzt gratis runter Oh Oh Okay Aber diesmal tun sie sich schwer Ja Ich glaube, weil wir mittlerweile auch so ein bisschen die Strategie von ihnen verstehen Das ist aber nice Das ist gut Das läuft gerade richtig gut Okay Die Healer ist down Nice Jetzt muss Torwald noch fortgehen Kinessa steht hinten im Eck Hab ich gleich Oh nö Ich krieg wieder Sky Ich bin down Jetzt haben sie uns alle down gehauen Diese Sky Jetzt haben sie uns gerade alle down gehauen Haben sie gut gemacht Haben sie gut gemacht Ja Aber Aber Wir haben alle unseren Special Ja gut Schönen Kimmisch halt nochmal Ist ok So Sky is down Nice Torwald ist down Nice Komm das sollten wir packen Am besten wäre es Special für nachher fürs Finale aufzuheben Ach shit Schönen Tor Alles Special weg Healer ist down Nice Und dann warst du es doch auch Also liebe Leute wir machen es spannend Wollte gerade sagen Jetzt bis zum Ende Jetzt haben wir nochmal Spaß rausgehauen hier Kurz in die Hände spucken Doktor Wir sind bei 27 Minuten und noch kein Ende in Sicht Doch jetzt ist Ende in Sicht Aber Es wird aber nochmal spannend Es wird extrem knapp Doktor lasst uns raushauen Wir brauchen uns heute vor niemandem verstecken Aber vor absolut niemandem Heute läuft es Heute läuft es echt Und wir schaffen das jetzt auch Komm Doktor wir packen das Das ist so sicher Auf jetzt Also ich glaube ich habe meinen Charakter nach dem Baum gefunden Ich glaube den lasse ich jetzt so stehen Auf kommt schon Das Das ziehen wir jetzt auch durch Komm Torwald ist down Ja ich bin down Die liegt oben drin Okay ich gehe hoch Ich gehe hoch Bin am Heiler gerade dran Heiler down Heiler down Heiler down Gehe auf Kineser Ah unser Tank ist down Wo ist die alte Da Nice Ist down Sky ist down Komm schon Charlene ist down Ich bin down Nein Charlene hat mich umgehauen Irgendeiner muss in die Mitte Kommt schon Egal ich sterbe Ich sterbe Bitte Unser Tank ist da Unser Tank ist da Nice 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 Unser Heiler ist da Jetzt Oh kommt 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 Jetzt geht es los Kommt schon Okay 60 Okay ich komme Ich komme Auf 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 Ich laufe wieder hinten rum Ich laufe hinten rum So Bin auf Charlene Charlene ist down Hau Torwald rum Ich bin down Ich bin dabei Bin dabei Bin dabei Er hat nie mehr viel Torwald ist down Dauer 69 Kommt 72 Los los 75 Los 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 81 84 Los 87 Das geht Das geht Das geht Weiter 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 Kommt schon Ah unser Tank ist down Scheiße Ah Kineser ist jetzt oben Okay 90 Nice Aber guck mal wie nah Torwald stand Hammerrunde Hammerrunde Boah Das war eine geile Runde Also Das kann man sagen Das war Spannung Bis zum Schluss Alter 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 GG Doktor Boah Lenkt mich Ja war gut War echt gut Es ist Dok Alex Hi Dok Alex Und ich hab's echt noch rumgerissen Ey 23 18 Richtig Doktor auch 26 21 Es sah so Es sah so schlecht am Anfang aus Und dann Bam Dann erwachen die zwei Und es läuft Nice So muss es Boah Doktor Ja Ich würd sagen Wir sind bei 31 Minuten Das war's für diese Folge Ja Definitiv Wenn's euch gefallen hat Und ihr uns echt mal beim Schützen zugucken wollt Schaut euch die Folge an Ja Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut da rein Bis dahin Ciao Ciao Tschüssi 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 Fahrzeug